Wir sind ready for take off. Hey Duda, hast du Angst bei uns mitzufahren? Hehehe, der hat Angst, er hat Angst, du. Heute gibt es für euch das absolute Facelifting. Ihr Schattenparker. Oder Bergaufbremser. Wir drücken jetzt voll auf die Vitale. Bitte auffassend, wir starten. DJs, lustige Partyrunde, kleine Jumps, 29. Im Moment sechs Fahrer, da klopft es an der Tür. Wir starten. Frauen, Männer. Ja, wieder da, wieder da, wieder da. Ja, mein Handy sagt es auch schon. Ja, was, Fisch. Heute mal, Aldi hat ein Miet-Miet gemacht. Hä? Heute weißt du, Aldi, dann kamen sie ja tun. Miet-Miet. Wilma, was? Ah ja, kraulen will. Lass mal auf die Seite. Hehehe, Tobi. Wir sind ready for take-off. Hey, Duda, hast du Angst, bei uns mitzufahren? Hehehe, der hat Angst, er hat Angst, du. Hehehe. Heute gibt es für euch das absolute Facelifting. Hehehe, ihr Schattenparker oder Bergaufbremser. Wir drücken jetzt voll auf die Pedale. Bitte auffassen, wir starten. DJs, lustige Partyrunde, kleine Jumps, 29. Im Moment sechs Fahrer, da klopft es an der Tür. Ja, wir starten. Frauen. Wurde ich? Männer. Ja, wieder da, wieder da, wieder da. Wurde ich? Ja, mein Handy sagt es auch schon. Ja, was, Fisch. Nehmen wir den Sultag? Heute mal, Aldi hat ein Miet-Miet gemacht. Hä? Heute weißt du, Aldi, dann kamen sie ja tun. Miet, Miet, Miet. Wilmer Watson. Ah ja, kraulen, ey. Lass mal sein, ey. Hä, Tobi. Ja, steht auch da. Ja, weiß ich, hab ich gelesen. Hä? Diese ist das hier geparkt, die Runde. Ja, ey. Jawohl, Tobi. Ist doch noch einer reingekommen. Mit sieben Fahrern geht's hier in die geile, lustige Partyrunde mit Gegenverkehr. Vier Runden fahren wir. Ab geht's. Gegenverkehr, gegenverkehr. Ach, Mann, du bist gerade... Du hast gerade die halbe Runde hinter dir, Alda, da kommt doch 3 und halb. Alles gut. Alles gut. Aua. Ich hoffe, sie sind schon alle hinten. Danke. Ich finde, es ist kein Gegenverkehr. Ihr seid lieb. Ihr seid ja nett. Hey, was war das? Das ist ja mit nichts. Ey, Tobi. Weißt du, wir sind hier im Blick dem Fall. Ich höre auch hier... Irgendwo höre ich hier Coyoten. Ich weiß nicht warum. Ist wie bei Coyote-Ugly hier, ey. Du musst gerade gegen... Wir sind bei Iron-Toy. Wo fahrt ihr immer lang, Kier? Geht ihr keine Verkehrsregeln, oder was? Wir fliegen, Dinger. Autos. Wow. Nee, aber ich bin der Brülli. Wir sind hier auf YouTube gerade. Wer ist denn da vor mir? Wer ist denn da vor mir? Wer ist denn da unter mir? Wer ist denn da neben mir? Sag der Dinger nicht. Der Eierkrauler hier. Nein. Sag das nicht. Ich bin in den Bäumen. Ich kann im Wald Pilze suchen hier, ey. Junge. Wow. Hi, Fisch. Fisch. Du alte Gräte. Ja, jetzt bin ich Fünfter. Wuhu. Ich bin der Brülli. Ich kenne keinen Wendler. Oh, nicht schon wieder. Ich habe keine Probleme. Nein. Ich habe Anbel vor mir. In the mix. Tobi hackt. Tobi hackt. Tobi hackt. My life is a party. La 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 la. Kann ich. Ich habe gerade einen Fisch überflogen. Wow. Fisch. 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 Das ist ein Zelligbieter. Oh, was? Junge. Alter, ab geht's. Kommt da noch eine Runde. Nein. Ziel. Ich habe verloren. Fisch hat gewonnen. Ja, Brülli. Ihr Ficker. Hallo. Oh, steht. Und da los. Ich bin hier. Ich bin auch da. Tobi hat gewonnen. Ja, unser Hashtag Hacker Tobi hat gewonnen. Ich habe verloren. Nee, Fischstoße hat gewonnen. Ich habe die schnellste Runde, Fisch. Nichts kann sie. Du Lusche. Klar, ich kann sein. Nein, Fischstoße hat gewonnen. Zwei Sekunden langsamer bin ich. Weißt du, drei Runden habe ich zwei Sekunden auf dich gewartet. So, jetzt. Ruhe hier. Jetzt ist Ende hier für heute. In diesem Sinne. Ja. Dankeschön fürs Zusehen, meine Partypeople. In diesem Sinne. Hau es dir in. Mach es dir gut. Dankeschön. Und auf Brülle sehen. Bis morgen. Haut's dir in. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020